Wir sind im Sanitärbereich in einer Badewanne. Wir sind da oben in dem Ding, wo der Pümpel drin wohnt. Wir sind oben in dem Ding, wo der Pümpel drin wohnt. Also mein großer Bruder hat ja ein schweres Trauma davongetragen, weil das Helli nie auf dem Stöpsel sitzen musste. Mein Bruder musste immer auf dem Stöpsel sitzen. Und das Helli durfte auf der anderen Seite, der gemütlichen Seite der Wanne sitzen. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn Sie auf dem Stöpsel sitzen. Jetzt wird mir alles klar. Ein Jugendtrauma. Meinen Sie, dann hätte ich in der Jugend schon guten Sex gehabt, wenn das Wasser abläuft. Nein, aber der Nacken weiß. Hallo, hallo. - Vielen Dank.